Hallo und herzlich willkommen meine lieben Gold- und Silberfreunde zu einem neuen Video. Im heutigen Video geht es um einen Geheimtipp, den ich euch geben möchte, eine ganz spezielle Goldmünze, um welche es sich handelt, seht ihr nach dem Intro. Ja meine lieben Gold- und Silberfreunde, heute habe ich wieder einen Geheimtipp für euch dabei, ihr habt sie vielleicht schon mal in einem meiner Videos zwischendrin mitgesehen und zwar geht es heute um eine ganz besondere Münze, die ich hier drinnen habe und die möchte ich euch jetzt präsentieren. Ich habe euch hier den Somalia Leopard in Gold mitgebracht. Das ist ein Geheimtipp von mir für alle, die was in speziellere Münzen investieren wollen, denn wir haben hier eine Münze, die nur eine begrenzte Auflage hat. Der Somalia Leopard hat eine Auflage von nur 1000 Stück weltweit und ist somit eine sehr begehrte Münze, besonders auch für den Sammlerbereich. Beim Somalia Leopard haben wir hier auch jährlich ein wechselndes Motiv. Der Somalia Leopard hat 2018 angefangen mit der ersten Ausgabe und ist seitdem mit seinem großen Bruder, dem Somalia Elefanten gut gewachsen und auch gut angekommen in der Community und wir haben hier eben das Bild aus 2021. Der Somalia Leopard kommt in der 1 Unzen Größe mit einem Feingehalt von 999,9 und seht dieses perfekte Prägebild. Fast schon polierte Platte. Jedoch ist es eine normale Umlaufmünze. Polierte Platten gibt es nur ganz, ganz wenige davon. Schauen wir auf die Rückseite. Hier nochmal der Jahrgang 2021 und mit einem Nennwert von 1000 Schilling der Somalischen Republik. Auch schön ist hier, wie die zwei Leoparden das Wappen hier in ihren Klauen halten. Der Somalia Leopard ist eigentlich immer eine vergriffene Goldmünze gewesen und besonders für die, die sagen, sie wollen in etwas exotischere Münzen investieren, ist das mein Tipp für alle, die sagen, sie wollen etwas anderes als wie die gängigen Anlagemünzen wie den Krügerrand oder den Maple Leaf. Hier würde ich zum Somalia Leoparden tendieren. Ihr habt hier einen kleineren Aufpreis, den ihr zahlen müsst bei dieser Münze schon zu Beginn an. Doch ich sage euch, es lohnt sich, denn wie gesagt, es gibt nur 1000 Stück von diesen Münzen und es gibt nur wenig Edelmetallhändler, die diese Münzen überhaupt anbieten, sobald sie rauskommen und sie sind meist immer sehr, sehr schnell vergriffen. Und dann, wenn man die letzteren Jahrgänge haben möchte, sieht man auch, dass diese mit teils enormen Aufpreisen gehandelt werden. Deswegen ist dies mein Geheimtipp an euch, der Somalia Leopard in den verschiedenen Jahrgängen. Und hier nochmal zeige ich euch, wie schön diese Münze ist und wie majestätisch dieser Leopard auch auf diesem Baumstamm sitzt. Wenn ihr Fragen zu der Münze habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare, dann beantworte ich euch diese. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann abonniert den Kanal, damit ihr keine meiner Videos mehr verpassen könnt und immer auf dem neuesten Stand seid in Bezug auf Gold und Silber und ihr die ganzen Geheimtipps, aber auch Infos über gewisse Münzen und Barren von mir erhalten könnt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut!